Glück auf Schalke, in diesem Video geht es um den Schalke-Tag, nochmal um Marcin Kaminski und es geht um einen angeblich sehr schlechten Ruf des FC Schalke 04 bei Beratern. Schreib deine Meinung zu allen Themen sehr gerne mal unten in die Kommentare und abonniere natürlich gerne den Kanal, um auch keine News mehr zu verpassen. Am 21. Juli ist es mal wieder soweit, das Familienfest, der Schalke-Tag steht an und dort eröffnet man mal wieder so ein bisschen die Saison. Dort gibt es wieder verschiedenste Stände, dort werden wahrscheinlich sowohl der Klub sein, dort werden sehr wahrscheinlich dann die verschiedenen Partner sein. Ihr könnt als Familie richtig viele schöne Dinge machen, tagt euch den 21. Juli also unbedingt ein. Ich bin mal sehr gespannt, ob es auch am Tag davor oder am Tag danach wieder ein Spiel geben wird. Das gab es ja sehr häufig auch mal am gleichen Datum, allerdings glaube ich nicht, dass das sein wird, denn man hat wieder ein Bühnenprogramm, das von 12 bis 16 Uhr stattfinden wird und ich glaube nicht, dass danach noch ein Spiel stattfinden wird. Häufig war es dann auch, wie gesagt, am Tag davor oder danach. Zum Beispiel war das ja unter anderem gerne mal Trent Enschede oder irgendeine andere Mannschaft. Ich glaube, dass es am 21. wieder richtig cool sein wird. Die Profis werden natürlich auch dort sein, werden Autogramme geben. Ihr könnt das ein oder andere Bild machen, die verschiedenen Stände laden dann so ein bisschen zum Flanieren ein. Also notieren und gerne dann vorbeischauen. Darum habe ich Marcin Kaminski gestern in meinen News genannt, haben sich die Ruhrnachrichten gedacht, okay, auf den Zug müssen wir ausspringen und haben ein paar Neuigkeiten gebracht, die ich euch hier natürlich nicht vorenthalten möchte. Nochmal ein kurzer Recap. Marcin Kaminski hatte ursprünglich ja bis 2024 einen Vertrag. Den hatte er ja verlängert, nachdem wir abgestiegen sind als einer der Ersten, um auch ein Zeichen zu setzen. Ist in dieser Saison aber ehrlicherweise nicht ganz unumstritten gewesen. Hat sehr viele Unsicherheiten, deswegen ja auch teilweise hinterher rausrotiert. Musste dann aber auch wieder rein wegen Verletzungsproblematiken. Und wir wissen bereits, dem sein Vertrag geht mittlerweile bis 2025. Denn bei der Verlängerung damals hat man eben eine Klausel mit eingebaut. Bedeutet, wenn er Summe X an Spielen macht, wird der Vertrag automatisch um ein Jahr verlängert. Das Ding ist, die Leute, die das damals abgeschlossen haben, die sind gar nicht mehr im Amt. Also bedeutet, da ist unter anderem natürlich in Peter Knebel, in André Hechelmann und diese ganzen Namen, diese ganzen Pappnasen waren damals eben zur Stelle. Die sind nicht mehr auf Schalke. Dementsprechend, die, die jetzt noch da sind, die haben damit gar nichts mehr zu tun. Die lösen das quasi nur ein, beziehungsweise geschieht das eben vertraglich automatisch. Jetzt hört man von den Ruhrnachrichten aber, dass der Vertrag zwar noch gilt und dass er dadurch auch erstmal im Kader stehen wird beim S04. Intern mittlerweile aber deutlich mehr Zweifel kommen. Bedeutet, dass Kaminski definitiv nicht mehr unverkäuflich ist und sollte es ein interessantes Angebot geben, der S04 ist durchaus bereit, das dann auch anzunehmen und Marcin Kaminski zu verkaufen. Meiner persönlichen Ansicht nach, das wird glaube ich schwieriger, als man sich das eventuell vorstellen mag, weil Kaminski ist jetzt auch nicht mehr super jung und Kaminski hat auch in der letzten Saison jetzt nicht unbedingt für sich Werbung gemacht, weswegen ich jetzt auch im ersten Moment niemanden nennen könnte in der zweiten Liga, der jetzt direkt akutes Interesse zeigen könnte. Für mich würde dort der Weg eher in die dritte Liga gehen, ehrlicherweise. Problem ist jedoch, kann halt keiner bezahlen im Zweifelsfall, weil ich weiß das genaue Gehalt natürlich nicht. Ich glaube, der verdient auf Schalke aber auch jetzt nicht super schlecht. Dementsprechend könnte das durchaus problematisch werden und die Frage, ob man ihn überhaupt von der Payroll bekommt, wenn er im Verein bleiben sollte, dann wahrscheinlich eher so als, ja, als dritter Innenverteidiger, vielleicht sogar vierter, sowas in diese Richtung, dort, wo er dann im Zweifelsfall noch helfen könnte, aber zumindestens definitiv keine Stammkraft mehr wäre. Ich glaube, da werden andere Namen kommen, die eventuell auch nochmal eine ganz andere Initiative mit einbringen. Hatte SN4 bei Beratern einen durchaus schlechten Ruf? Das zumindestens berichtet Andi Ernst gestern in einem Fußball-Insight-Podcast und das fand ich super spannend, weil damit halte ich intern so jetzt nicht gerechnet, ehrlicherweise. Klar, dass man mit den momentanen Aktionen natürlich sich nicht nur Freunde macht, ist auch logisch. Worum geht's? Relativ simpel. Andi Ernst, auf Schalke 04 auch angesprochen, sagt, dass bei Beratern der Ruf im Prinzip komplett ruiniert ist. Bedeutet Berater, ihr wisst Bescheid, das geht natürlich zwischen Spieler und Verein, immer über einen Berater, der versucht das Beste für den Klienten, für den Spieler rauszuholen und gleichzeitig, so fair muss man auch sein, sich selber Geld in die Tasche zu wirtschaften, damit man eben durch Verträge, durch Boni und alles auch noch gut mitverdient. Das kennen wir, das ist nichts Neues, da machen es Leute halt extremer und manche andere machen es ein bisschen entspannter. Andi Ernst sagt, ich zitiere das Ganze einfach mal aus dem Podcast, ich habe mit so vielen Beratern telefoniert, die Telefonate sahen dann so aus. Zitat von ihm jetzt, Schimpfwort, Schimpfwort, Beleidigung, was machen die da? Schimpfwort, Schimpfwort, Schimpfwort. Und so ungefähr soll das immer ausgesehen haben und das ist ganz beruhigend, würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite, und das sagt er auch ganz klar, da ist auch nochmal ein Zitat, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, stimmen die Zahlen, unterschreiben die Spieler trotzdem auf Schalke. Nicht alle, aber viele. Das ist die Doppeldeutigkeit des Geschäfts. Und ich glaube, damit haben wir es dann auch schon wieder. Es ist einfach so, natürlich wirst du momentan nicht jedem entsprechen und ich weiß auch noch, wie zum Beispiel ein Oliver Runert plötzlich den Mund aufgemacht hat, nachdem auf Schalke mal wieder ein, zwei Leute entlassen wurden. Ich glaube, bei Matthias Schober war es der Fall genau. Wo dann gesagt wurde, uh, ihr macht Schalke kaputt. Ja, dann hast du aber neue Leute mit eingebracht, die eventuell halt noch nicht den Stallgeruch haben. Du wirst halt momentan nicht bei jedem immer Lob dafür ernten, dass du halt auch viele Mitarbeiter entlässt, dass du viele Spieler gehen lässt. Das ist logisch. Die Frage, die wir uns auch hier stellen müssen ist, mit wem hat Andy Ernst zum Beispiel geredet? Hat der mit Rogon geredet? Hat der vielleicht mit dem Berater von Ralf Fährmann, ich glaube Bax oder sowas, Bax und Siebert oder wie die heißen, geredet? Dementsprechend, es ist halt immer die Frage, mit wem redet man? Natürlich wird das nicht jedem gefallen, aber das gehört vielleicht auch dazu. Und ja, man hört intern, auch jetzt mittlerweile von Andy Ernst bestätigt, dass einige Leute durchaus Kontroversen hervorrufen, besonders Simon Henssler, der Torwarttrainer, wo Wilmots und auch Karin Gerz eher ein Fan von waren. Tillmann das Ganze aber dann ein bisschen entschieden hat, mehr oder minder, dass er eben den Verein verlassen muss. Was genau davon stimmt, weiß man nicht, das ist ursprünglich auf Bildberichten. Weswegen ich hier auch gestern auch vorsichtig war und das noch nicht genannt habe, weil ich mir doch etwas unsicher war, weil ihr wisst, Bild und so weiter, das hat Andy Ernst mittlerweile jedoch schon durchaus bestätigt, dass da was dran ist. Wir wissen aber auch nicht wie viel und wir wollen hier auch nicht schon wieder, Gott weiß, wie viel negative Sachen einbringen. Deswegen, das war eine durchaus spannende Sache. Allerdings sollte man das hier auch nicht so kritisch sehen. Deine Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Dann hoffe ich, wir sehen uns bei den nächsten News.